Guten Morgen liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp des Tages. Der Countdown läuft und zwar noch etwa drei Stunden für die Twitter-Aktie. Das Unternehmen bringt heute seine Quartalszahlen für das abgelaufene vierte Quartal und damit auch für das Gesamtjahr. Die Spekulation geht dahin, dass wir hier auf eine positive Überraschung setzen. Der Kurs deutet darauf hin, wir haben jetzt die 200-Tage-Linie überwunden. Wenn wir hier die 35 Dollar auch noch hinter uns lassen, dann ist quasi der Weg bis in den Bereich von 42 Dollar frei. Das Ganze hängt natürlich mit den Zahlen ab. Wie gesagt, um 13 Uhr ist da die Veröffentlichung. Es ist eine Wette, brauchen wir nicht darüber reden. Zuletzt gab es durchweg eigentlich positive Zahlen von den Tech-Aktien. Auch Snap kennt ja jeder mittlerweile. Snapchat oder zumindest die Kinder haben diese App auf dem Handy. Hat auch positiv überrascht, ist danach um 20 Prozent gestiegen. Ja und Twitter ist auch eine Aktie, die nach Zahlen in der Regel, man sieht zum Beispiel hier, durchaus sich stark bewegt. Das war auch eine Zahlenveröffentlichung. Also hier ist immer Bewegung drin. Und wie gesagt, wir denken, dass die Zahlen positiv überraschen können. Deswegen ein Twitter-Faktor Long. Kostet aktuell 21,12. Der Schein unseres Partners Morgen Stanley mit der MF1-HFR. Wir haben aber bewusst, oder ich habe bewusst einen Faktor von nur zwei ausgewählt, weil das Ganze natürlich schon ein heißes Eisen ist. Ich würde auch hier nur einen kleinen Betrag empfehlen, wenn ich davon ausgehe, wie wir ausgehen, dass die Zahlen eben gut werden können und positiv überraschen können. Dann sind hier heute Abend vielleicht schon eine 25 oder eine 24 stehen dann da. Aber wie gesagt, das Ganze ist sehr, sehr spekulativ. Stoppkurs ist schwer zu setzen. Ich würde diesmal darauf verzichten, wenn die Zahlen eben enttäuschen. Dann würde ich mich auch gleich wieder davon trennen. Ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Traden. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.